wasser leute hier ist wieder der kleine smith let's replay never to shippuden ultimate ninja storm 2 wir müssen siegel entfernen und dahinten ist auch schon eins und dann müssen wir weitere siegel entfernen es gibt nämlich insgesamt fünf stück dann kommen wir ins akatsky versteckt eins müsste noch übrig sein schnell ten ten in ordnung schaffen wir das in ten minuten also so 20 minuten wie 2 1 übrig wollte schon sagen das war ein bisschen fehlinformationen hier so die frage war wo war das die die am stein geklatscht ist und das letzte ja so kandantanには ikanai yoda kiozkelo ten ten na ni kore rohera akatsuki no shikakata trappen so kandantanmi kichka yotokase lukha nai lashin Okay, also gegen Doppelgänger kämpfen. Und jetzt haben wir Tenten. Oh, nö. Ach, Mann. Ich kann leider nicht tauschen, von daher müssen wir das jetzt über uns ergehen lassen. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Das ist aber auch immer so... Knapp von 80 Sekunden schaffen wir vielleicht. Okay. So, aber Tenten ist eigentlich eine Spammerin, von daher... Tschüss! Hm. War das eigentlich mein Ultimatives? Tja. Offenbar. Na gut, aber nicht ganz so spammerisch wie in diesem Teil... Äh... Hey, was soll denn das? Die Frage ist prinzipiell, was diesen Fächer erhalten. Im nächsten Spiel. Das frage ich mich gerade. Tja, das lief schon ein bisschen schlechter. Stimmt, ich hab mir die Attacken von Generations abgeguckt, als ich sagte, sie ist so overpowered, aber irgendwo stimmt das hier jetzt nicht ganz so. Echt, halt hochzuspringen, könntest du auch natürlich einfach die Verteidigung durchbrechen. Wäre vielleicht eine Idee. Naja, egal. Weiter geht's. Die haben noch Briefbomben. Das kann ja in diesen Erweckenmodus gehen. So. Und noch einmal. Da hilft auch die Umwandlung nicht. Waffenkontrolle. Risika. Morgenstern oder wie... Was stand da? Ich konnte es nicht sehen. Das Mikro verdeckt das alles. Au. Los, komm her, Niji. Du solltest herkommen. Ansonsten passiert sowas. Das ist hier, ich meine meine, Niji. Ha, falsch gedacht. Und bam. Wut. Kenn ich gar nicht. Dass ich so in der Klammer stecke. Und nochmal. Ey, Niji, mach doch was. Hier, Niji, einfach an der Ecke rumstehen und dann nur so glumig, äh, glumig reingucken hier. Mann. B-Rang. Naja, egal. Egal. Naja, egal. Du solltest, Niji. Du solltest, Niji. Du solltest, Niji. Da lang? Okay. Dann steuern wir jetzt Guy. Wer meins? Erstens ist der erste. Dann geht's. Ja, aber bitte ein bisschen leiser. Das tut mir den Ohren weh. Da bekomme ich Ohrenkrebs. Auch von deiner Stimme oder so. Das letzte. Da geht's. Was ist das? Was ist das? Und auch, und das haben wir ja jetzt geschafft. Also das Schlimmste aus dieser Story haben wir hier nach diesem Kampf dann geschafft. Das einzig Schlimme ist hier eigentlich Team Guy. Warte mal. Mach doch. Danke. Ich wollte schon sagen, irgendwann musst du auch mal... Guten Tag. Okay, darf ich noch... Okay, offenbar nicht. Schon ein bisschen komisch, warum ich mich nicht teleportieren darf, aber okay. Ich würde mal sagen... Läuft nicht ganz so gut, ja? Und... Go! Damit werden die schon mal abgehakt. Wenn wir ein bisschen Nudelsuppe nehmen. Ramen! Oh je. Natürlich hat er einen Pakt. Ich hab den Überblick verloren. Wer verkloppt hier eigentlich gerade wen? Alle leuchten plötzlich. Lass das. Ich bin der mit dem Briefbomben. Na, ist ja sehr viel. Ähm... Will ich das verstehen? Ach! Guck mal! Los! Ich muss das noch schaffen. Komm schon. Ich will mal so eine Team-Attacke zeigen. Goat! Das war sie nicht. Eben als ich so rot geleuchtet hatte. Das, was er irgendwie abgewehrt hatte. Das war eine Team-Attacke, wo Guy noch was vorher gemacht hätte. Naja, egal. Wir werden es bestimmt noch irgendwann mal im Laufe des Let's Replays sehen. Wir haben... Egal! Wir haben es geschafft! Hauptsache... Wir haben es geschafft. Ich habe es geschafft! Es war ein tolles Battle! Oss! Aber ich denke, dass die Neji nicht gut ist. Ich denke, dass es die gleiche Trappe ist. Ich denke, dass es so ein Problem ist. Ich denke, dass ich meine Einheit der Einheit. Ich denke! Das war's für heute. Wir haben uns geholfen, die wir mit dem Geld entfernen können. Dann haben wir uns geholfen. Ja, wir haben auch den Weg geholfen. Wir haben uns 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 geholfen. Das war's für heute. Allerdings erst im nächsten Part. Äh, Fernbedienung funktioniert bitte. Danke. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Part von... Wow, wenig Zeit. Egal, bis zum nächsten Part von Let's Play. Replay Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Bis dann.